So, war auf jeden Fall eine nice Runde. Wieder dazu kommen auf jeden Fall die Tage auf meinem Kanal. Das ist echt crazy, was passiert ist. Okay, aber jetzt gucken wir uns mal Reaction an. Und zwar hat der Ilias mir was geschickt. Das müssen wir uns mal reinziehen. Und zwar ist das vom Stammtisch. Okay. Körsch, mach die hoch, Körsch, mach die hoch. Ah, das ist der letzte. Oh, 220, Digga. Let's go, Digga. Junge, das hat ein kompletter Flick aus. Digga. Fortnite-Stammtisch. Das ist der Army. Wir fahren ihn um, wir fahren ihn um. Wer kann da nichts gegen machen? Hältst du, sag nein! Oh mein Gott! Was machen wir? Krass. Okay, Reason. Oh mein Gott! Mach mal auf die Wand, mach mal auf die Wand, mach mal auf die Wand. Okay. Oh mein Gott! Ich habe noch... Heftig, das ist doch gar nicht so alt. Ich habe jetzt auch extra noch ein Edit aufgemacht. Ja, aber vor dem Edit war das schon. Ja, ich weiß, ich weiß, das hast du gar nicht gebraucht, den Edit. Was willst du machen später, Sabasch? Ähm, vielleicht studiere ich. Er lacht doch nicht über ihn, lass den Spielen. Nein, Schwerf, alles... Ja, wollen die Moppen oder was? Ja, Schwerf, alles... Ja, Schwerf, alles... Was wollt ihr von meinen großen, überdimensionalen... Ey, du Fick, Digga! Äh, dann nicht. Schwerf, ich weiß, Schwerf, ich weiß. Bro, like... GG. Hey, Bro... Hey, man. Oh, boah! All right. Oh, I'm dead. Hey, I'm dead. Oh, Bro... Okay, 5-5. Friesen. Oh, Sakes. I don't know how I got beamed from your side. Wir können. Wir können. Ich bin down. Achtung, wir haben nichts drüber. Minus 63 rein. Headshot sniped. Nice. Minus... Nicht schlecht, Digga. Also, da habe ich jetzt auch, ne? Warbio mit dem 200.000 noch gezogen. Oh Mann, zwei Doppelkill! Holy shit, was machen die hier? Oh my God. Das ist doch einfach, wenn du mit Confident spielst. Ja, der ist so confident, habe ich ihn zäh... Also sowas... Und das... ...means, you won't take any full damage. And you also go quite a distance, since you're quite high up. Nice. Well played, Savage. Good job. Yes. Yes. Oh, nice. Very good, nice. Very good. Er macht alles kaputt. No, this is not cool. He's not right. This is fucking bullshit. Yes, I'm ready. Lecker. Scheiße. Scheiße, Pusch. Ich dance, oder? Ja, er hat geschungelt. Eine Puzzle. Hab ihn. Noch ein anderes Team. Zwei on me, Hochheb. Okay, ich komme. Ein bisschen. Du, Sonne. Ja, shit on. Weiß mal, ich geh, bro. Ja, alle drei dead. Alle Craspets gebraucht. Digga, hä? Ich kann nichts machen. Ja, ich kann nichts machen, Mann. Was macht der denn hier? Boah, schöner. Schöner Kill hier. Boah, die wollen ihn halt so hart, aber er spielt das ganz, gar nicht schlecht. Jetzt geht er da. Ja, Digga, Mann, Alex, ich, Mann, ich will nicht mehr das Trio haben, ihr seid so schlecht. Puh, was macht der da denn? Ach so, er guckt sich Wiederholungen an. Ah, okay. Ich wollte sagen, was ist denn hier gerade passiert? Habt ihr irgendwelche, keine Ahnung, funny Clips von Fortnite von mir irgendwo? Wenn ja, schickt die mal her, bitte. Oder irgendwelche Mega-Kills. Einen fällt mir sofort ein. Den habe ich auch als Clip gespeichert. Auf Twitch natürlich. Da sind die Livestreams immer. Habt ihr den bei mir noch? Jo, bin fast tot, hat mich überfahren. Ja gut, das war ja ein bisschen schwach. Oh, Benji weg. Oh, Soft Aim. Haben ich's gut, Digga. Oh, Marshala, wie er mit dem Kopf sneaken will. Hä? Oh mein Gott. Warte mal, warte mal, warte mal. Das will ich nochmal sehen. Digga, der war gar nicht, der war gar nicht. Oh, Soft Aim. Guck mal, das geht ja gar nicht. Oder war das von oben einer? Nee, das war von... Oh, Marshala, wie er mit dem Kopf... ...sit mit dem... ...wiermeng. Guck mal, das geht gar nicht. Sneaken. Nee. Soll ich... Digga, wie geht das? Jetzt lösche ich das Game ohne Witz. ...zusammen, tuddeln sich nach vorne. Das ist alles auch schön, so ein bisschen. Die Calls sind... Oh, schöner Call, schöner. Schöner Shot hier, nächster Kill. Für, ähm... Das ist Sidney. Nächster... Oh, nächster Shot. Nochmal leider. Kriegt hier aber den zweiten nicht down, aber er hat nochmal einen down. Der fällt hier ganz runter zu ihm. Ganz wichtig, hier nochmal ein bisschen Match Refresh. Hat nochmal einen Flopper. And Slurpee. Gegner jetzt vor ihm, nächster Hunderter. Der verteilt hier nur Hunderter. Der Sidney, der verteilt nur Hunderter. Das Einzige, was er kann, Hunderter, Hunderter. Das ist schon richtig stark, was er hier macht. Was wird wirklich? Ich bin in den Toiletten. Ich bin in den Toiletten, GG. Weil sie es zugebot haben. Du bist in den Toiletten? Ja. Wir müssen zurück, ich denke. Äh, Lestavage. Wir müssen zurück, vielleicht. Äh... Ich bin in den Toiletten, bro. Ich bin dran. Scheiße. Was für dich? Was für dich? Durch die, durch die. Oh, I'm one on one. Geh, 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 geh. I'm one HP, I'm one HP. It won's in one way. I think we can do it in the Toilette, if we can. Die müssen die Wände abbauen, oder nicht? Wow. I'm burned. How is that possible? Ja, nee. This game is so shit. Nice, bro. Nice. They're gonna count for you, you know. They're getting crushed. I don't know, man. What's it supposed to do? They're getting crushed. Yeah, they're getting crushed. Yeah, they're getting stuck, mate. That can't get out. Is that your turn? Nice. Hat dem Vieh gebracht, Diggaard. Der Nächste. Ist ja geil. Komm mal. Noch der Letzte. Komm. Komm hoch. Oha. Wenn er das schafft. Niemals, Diggaard. Oh, der Schwede. Oha. Nice, Diggaard. Richtig nice. Nein. Oh mein Gott. Klipp. Klipp? Hat der noch was auf dem Stream Deck? Lass das mal chillig spielen, oder? Guck mal, der unten ist, der unten ist. Ey, der wickst du die ganze Zeit. He's great, der ist tief drin. Ja, aber ich bin wanted von ihm. Hä? Hä? Oha. Tschüss, Armin. Er hat es weggeportet. Ja. Tschüss, Armin. Hab ich gar nicht gesehen. No way up to the house, Armin. Ich schau oft, Armin. Ich bin 7.000, 2.390 Meter. Okay. Also, das war das erste Video, was ich vom Stammtisch hier gesehen habe. Gefällt mir auf jeden Fall. Lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo bei den Jungs. Und, ja. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt auf irgendwelche Reactions oder so, schickt mir die gerne auf Discord. Wenn nicht, auch gerne bei mir ein Abo und ein Like da lassen. Natürlich die Glocke aktivieren. Grüße gehen raus. War auf jeden Fall ein nice Video. Ein paar Sachen kannte ich sogar. Aber die anderen nicht. GG. GG.